freunde freunde heute packen wir was aus und nein ich bin definitiv nicht süchtig noch irgendein smartphone oder dergleichen aber ich finde es gehört einmal gemacht finde ich warum geht es da nicht auf es geht um das hier sein nokia 33 10 ein älteres kann ich euch nicht vorweisen weil ich die soll ich das damals für das kleine hungerlohn verkauft habe dort dann einer gesagt ich kaufte das 33 10 ab ja war eine gute idee und ja seitdem habe ich das da ist auch noch so jetzt müsste ich haben jetzt nicht mehr wie viel wie viel plastik schulden die da jetzt noch hinauf leute eines könnt ihr sicher sein ist ja wie im fetisch laden doch so geht ordentlich nach hier müssen wir halt jetzt haben wir es schaut da haben wir mal das handy selber 33 10 dann haben wir ein gebundenes ladekabel natürlich dann haben wir kopfhörer und zu guter letzt einen akku eine kurzen leitung das war es auch wieder war aber auch recht günstig für ich bin hin und wieder erstaunt dass diese dinge noch mit akku werden normalerweise kriegt man ja für kleines für noch kleineres geld krieg ich normalerweise jetzt schau mal und da geht es auf hoppala mich würde auch gern interessieren mich würde eigentlich sehr interessieren was noch alles dabei ist aber es lässt sich nicht zu öffnen ja dann probieren wir mal weiß nicht ob der akku schon voll oder leer ist ich weiß es nicht kurz einmal eine pause hier da oben sind wir hat ein klein wenig gedauert so zack der deckel kommt darauf so zack 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 natürlich deutsch das glaube ich nicht dann glaube ich nicht dann glaube ich nicht ich sehe was dort so n und dann automatisches ein So schaut das Ganze dann auf. Mich das gerne interessieren, ob Videos auch gehen, ja, kann man da auch umstellen, Szenen auswählen, automatisch, ok, Mich das gerne interessieren, Einstellungen an der Profilart und Urteil, Einstellungen öffnen, Sicherheit einstellen, Telefoneinstellungen. Um... Wären wir mal, das klappt schon mal, ja, das klappt schon mal, obwohl es noch kein Internet hat, finde ich toll. Ad geht es schon mal, ok, gibt es da auch im Google Store, Internet, ja. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Und ja. Wir haben hier ein Nokia 3310. V40 0211 am 26.04.2019, da steht TA 1030. Jo. Was passiert, wenn ich jetzt das mache? ausgeführt. Ein ganz, ganz gutes Handy muss ich sagen. Aber, ja, das soll es auch von mir gewesen sein. Es war halt ein Unboxing aus guten Gefühlen. Und, ja. Ich wünsche euch nichts desto trotz alles Gute. Und, danke. Muss die Kamera kennen, das ist gut. das ist gut. Gut. Vielen Dank.